Das ist schon mal hin, die da. So, ey! Das ist ja nicht richtig, bis zu schön! Alles so, guck mal, was ist. Ja, aber, ruhig! Ja, ruhig! Na, ruhig! Der Film von... ...letzte! ...gehen gerade! So, und... ...und... 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 ...die gehören... Ja.... Schön! Schön ... ... Gal luckily! Ist das. Ja, halt noch mal bei Hammer, hoffentlich! Kriegen wir immer? Antje! No! Nein, doch... Ich geb dir, ...'s am mismos... ...derot Übung. Hast du klar, da, wo wir dort, wo man da bitt... Ihr... De ist ja noch es Clem? ...meiß nicht Once! Ich erst mal... ...klasse! Also, bei uns... ...bei! Da im geschädigeren... Sie sind in Deutschland nicht verschwunden! Volle Deutschland! Ja, zehnmal, zehnmal zu bald! Das müssen wir rausschneiden! Die Familie fehlt sie hier für das leibliche Wohlsort und für die Welt, für die Festplatte, für die Wurzigen. Und für Nancy! Und Nancy! Sie sind eh doch voll alt, ey! Danke natürlich auch von Bano und Basti, die wir auch gesehen haben. Ja, bitte! Und wir werden auch noch mal zur Zeit, die Arte! Wann hat er wieder Geld im Spiel? Ja, jetzt noch mal mitgebracht! So, wir haben zu informieren, die besten Torschüsse des heutigen Tages. Und nach den Meldungen, die wir bekannt nehmen wollen, war es der Spieler Malanowski. Wann? 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 Michael, das ist dir zwar nicht Gruppi, nicht Carlos Oh! Alles in der Tat! Bis dann! Im Territory! Die Marco, die gut gehalten haben euch bestimmt haben den Keeper von von den Sau und den Hazel Hör mal! Das ist der Mann! Mit die ganzen Azkabel! Das ist der Mann! Ja, und dann sehen wir noch mal für den Sieger, das ist sauer verlehrt, ne? Leider war den sieben weißen Hakenholz, hat für sie sehr lange die Schraube, das ist ein Wettbewerb des Turniers der Wahlzeit war, umgeschlagen. Von daher, siebter Sieger, ganz kranklos, und hier gehören die weißen Wesen. Ja, und die Freunde vom Saufen auf Holz hatten wir heute schonmal, die wir jetzt hier sozusagen mit Eindelösen haben. Ja, ihr müsst ja weiter zu tun haben, wer ist hier ein Wettbewerb besser geworden? Ja, ich mein sie total. Das war schon die erste Anmeldung für das neue Jahr, danke euch. Ja, ein absoluter Anmeldung ist immer noch nicht geworden. Ja, ist ja. Wenn wir sofort haben, wir sofort haben! Ist ja, eventuell! Wir haben es geschafft, bis im Zweifinale, im Kleinfinale, dann doch leider wieder verloren. Nach uns knackt die Reihe ein, die vierten hat euch verbient. Biel! Gleifinale, GLE! GLEICHT! 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 Was dein Name ist jetzt? Schau, wie kein Name ist denn? Ja, persönlich ist doch das neu. Aber nicht! Gleifinale, die résigungen! Was den Bewerb genutzt! Uuuuuhh! Sie haben auch kein Lied für dein ***er Jahr! Jaha! Ich will gerne den Wagen! Doch! Ich wurde sehr von einer Frau bezogen! Jaaaa! Ich muss auch ein gewöhnliches Leben zu ehemaligen Barrieren zu hier eigentlich hier als Totschicht ziehen! Auszuziehen! Jaaaa! Jaaaa! Und Charles? Danke schön! Na danke! Ich dachte, dass Stefan Schneider war fast nur so gut und West 1 und nachdem West 1 in der Vorrunde ein Spielpfen mit einer größten Verletzungszentren konnte man sich West 1 nicht durchsetzen und es nur mit dem Druck Es ist der Weg zum Maladak. Wir haben den Weg zum Baunen. Wir haben den Nürnberg auch die nächste Seite wie vor, wir sind der Nürnberg. Jetzt ist er wieder mit der Nürnberg. hit an der Nürnberg! So eine Billige Suppe, voll Deibel, da wollen wir ja alles, Junge! So eine Billige Suppe, voll Deibel, da wollen wir ja alles, Junge!